Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren OMSI 2 Let's Play. Heute befinden wir uns mal auf Aalheim, nämlich im O405 M2 mit 9 Sounds. Keineswegs, sonst würde ich den ja gar nicht fahren. Realgetreue Hamburger Original Sounds. Die Sounds werde ich natürlich unten in der Videobeschreibung verlinken. Und mit dem fahren wir heute. Mit dem Sound, genau. Und ja, machen wir erstmal Elektrik an. Die habe ich ja schon vorhin angemacht, sonst fährt es ja gar nicht an. Bus fährt hoch. In 5 Minuten geht es los. Der Sound hört sich echt richtig nice an. Genau. Neue Texturen sind auch drinnen, wenn man es so ein bisschen sieht. Aha. Das ist die Dreitürer-Variante. Oh. Wusse ich gar nicht. Ah, die kann ich freischalten. Okay. Okay. Ja, dann würde ich mal sagen, wir geben mal die Linie ein und so. So. Clipboard. Betriebsbereit. So. Kurs. Wer dann? 4, 5, 7, 0, 0, 3 war es, glaube ich. Lämmental Bahnhof. Oder? Müsste. Lämmental Theater. Genau. Die wollen auch alle einsteigen schon. Lassen wir die mal rein. Guten Tag. Hallo. Hallo. So. Genau. Die Zones werden wir jetzt mal testen. Da habe ich gedacht, das wäre die Zweitürer-Variante. Aber da ist jetzt die Dreitürer-Variante. Muss ich halt Türe freischalten. Genau. Machen wir mal die Motor an. Hört sich schon richtig nice an. Genau. Perfekto. Schöner Sound. Und. Wunderschön. Genau. Wir fahren 21 Minuten. Und. Wir können eigentlich mal vorspulen. Auf. 4. Kann man nämlich losfahren. Vielleicht will ich noch mal da mit. Ja. Guten Tag. Manfred Willaum mit. Guten Tag. Irgendwie reden die da nicht. Keine Ahnung warum. Die labern da einfach nicht. Äh. Weiß auch nicht. Da muss man irgendwas ändern. Aber. Da habe ich jetzt keine Lust drauf. Okay. Wir müssen die Pfeile noch rein machen. Dann geht die Fahrt auch schon mal los. Da hören sich ja die Sounds viel besser an. Ich muss die Pfeile noch mal los. Ich muss die Pfeile noch mal. Genau, so. Ich hab jetzt einfach mal Bock gehabt wieder auf Lemental. Von daher Poststraße. Jep. Nächste halt ist die Poststraße. Jep. Jep. Untertitelung des ZDF, 2020 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 mann gezeigt von italien 83 sorry ich habe da eigentlich aufgenommen aber dann hat mein mikrofon rumgespackt deswegen kam halt es da für um sie kam auch sehr viel raus einmal auch städte dreieck das werde ich dann auch mal let's playen wenn ich da mal ja hier habe ich die karte aber ja muss ja ja download download er jetzt nicht eigentlich mal drauf nein da möchte keiner mal raus zwischen fahrstein 15 guten tag hallo hallo ja fahrgäste wollen natürlich aussteigen wo ich gar nichts gemacht habe was kommt denn als nächstes für eine straße die rathaus platz stimmt sogar immerhin sind die passenger zones drinnen die sind allgemein in dem bus drinnen direkt theater also ja wir müssen dann ich glaube hier irgendwo rein ich weiß gar nicht wo wir rein müssen da kommt der kollege seit er 152 er macht lehrfahrt muss ich denn hier lang 157 ich weiß noch nicht Guten Tag, hallo. Einfach rein. Mh, 2,50. Guten Tag. Mh. Hallo. Mh. Guten Tag. Eine Kurzstrecke. Normal. Und du kriegst einen 10er zurück. Weiß auch nicht, warum sie aussteigen möchte. Keine Ahnung. Ist ja irgendwie seltsam, aber kann man halt auch nix da machen. Seit wann steht das da? Anti-Blockier-System. Mh. Kann man auch mal machen. Höh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich glaube, auch seit einer Woche schon. Genau. Perfekt. Guten Tag. Hallo. Einmal kurzstrecke. Gute Wahl. Also, die Texturen sind eigentlich auch sehr schön. Muss ich mal wirklich sagen. Ja, der Spiegel hat irgendwie eine weiße Textur. Weiß aber auch nicht, warum. Ob es so sein soll oder nicht, das weiß ich nicht. Ah, da hier ist der Betriebshof. Okay. Nochmal ein Kreisverkehr. Also, das ist echt Neuland für mich. Also, die Linie hier ist eigentlich auch Abwechslungszeichen. Wie fahrbar. Muss man wirklich sagen. Heute haben wir natürlich einen Samstag. Ja. Samstag. Da ist Frommstag. Nein, der lässt mich nicht aus. Okay. Hier wird kräftig gebaut. Gut. Weil der MAN-Line-Ski, der zieht auch echt sehr viel Performance, äh, Performance-Faser, natürlich. Ähm, wo muss ich jetzt hier rein? Hier rein. Ja, ich bin jetzt hier rein. Das war's für heute. Halte Wunsch Wunderschön Hier der Halte Wunsch Hier Auch neue Texturen Perfekt Perrekt Der nächste Halte ist Theater Das ist die Endhaltestelle von unserer heutigen Linie Das war jetzt eine kurze Folge Aber daher einen schönen Linienverlauf Da würde ich sagen Bis zum nächsten Mal Wenn es wieder ist Omnibus Simulator Genau Krumm ab Kommt auch bald Da freue ich mich auch schon Sehr drauf Sowie auch Der O405 Auch die Gelenk Variante Da freue ich mich auch schon Bombe drauf Genau Wo ich gar keinen Unfall Heute gemacht hab Haben die Fahrgäste Gemeckert Äh Tö mal Wo bin ich denn hin Äh Ja das passt glaub Genau Ich glaub wechsle ich schon wieder Dann würde ich sagen Bis zum nächsten Mal Das war unser Bus O405 N2 Vom 3 Vom 3 Generation Wenn ihr den Sound Also der Sound Den braucht ihr Da braucht ihr die Version Oder beziehungsweise Das Updates Ähm Die Version 1.2 Vom 3 Generation Ja und dann könnt ihr das erst fahren Ja dann würde ich sagen Ciao ciao Bis zum nächsten Mal